Und damit herzlich willkommen zurück bei Sons of the Forest. Wow, okay. Ich verstecke mich mal ein bisschen hinter ihr. Du machst das schon, ne? Der ging mega vorbei. Schluss damit! Gib mir den Fall wieder. Tschüssing. Ich erlöse dich von deinem Leid. Ich erlöse dich von deinem Leid. Oh, cool. Danke. Oh, was? Ich kann keine Köpfe mehr tragen. Das ist traurig. Das ist traurig. Oh, Seile. Oh, ja, 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 ja. Seile nehme ich gerne mit. Die brauche ich. Virginia, alles klar? Du machst das schon, ne? Portemonnaie. Hab ich schon wieder so viele? Dann öffnen. 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 Cool. Ähm, hier, ne? Ne, das möchte ich nicht. Cool, Klebeband und Medizin. Ich könnte mir mal eine einverleiben. Ich habe eh genug. Yummy, yummy, yummy. Was haben wir hier Schönes? Toll. Siehste Licht? Wir könnten noch mal Licht, könnten wir noch mal ins Dunkel bringen bei uns. Hm. Wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Virginia, wo hast du dich rumgetrieben? Beziehungsweise wo haben die sich dann rumgetrieben? Kannst du mir das sagen? Hier irgendwo? Oder waren die hier hinten noch? Ich hätte gern die Mutantenhaut. Jetzt wird das dunkel oder wie? Ich glaube, es hackt. Ich möchte gern ein Tier. Ein richtig leckeres Tier. Das möchte ich mir an die Wand hängen. Und mir aus seinem Fell Rüstung machen. Das ist das, was ich möchte. Ein Schuss, ein Treffer. Das gefällt mir sehr. Virginia hat Spaß. Das gefällt mir auch. Oh, zwei Tierhaut. Cool. Kriege ich den... Kriege ich den Kopf mitnehmen? Nice. Ich brauche mehr Tierhaut für Rüstung. Hm. Nun. Lassen wir das. Oh, da war ein Hase. Ich überlege gerade, ob ich schlafen gehe. Eigentlich bin ich ja der Predator, der in der Nacht jagt. Ich weiß nur nicht, wie viel ihr jetzt gleich noch seht. Das ist eher so der Gedanke, der mir... Ich bin zu nah. Ne? Ich möchte euch nichts tun. Ich möchte euer Köpfchen streicheln. Es wird sehr dunkel gerade. Ich versuch's mal. Boah. Ja. Ich seh gar nichts. Cool. Ich treffe auch richtig gut. Na ja. Ähm. Ich würde sagen... Gute Nacht. Ich hau mich hier jetzt hin. Schön. Tab aufgestellt. Und einmal geschlagen. Der Magen. Ja. Guck mal, jetzt ist es sogar unter dem Tab, ist das Gras platt. Cool. Es sind die Details, auf die es ankommt. Es sind die Details. Ich sag's immer wieder. Guck mal, das Ganze. Gras ist nicht mehr platt. Okay. War es aber gerade noch. So. Ich würde gerne meine Pfeile wieder haben. Wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Befürchtung, dass die einfach weg sind. Kevin! Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Hol mal bitte Pfeile und mir geben. Die liegen hier irgendwo rum. Cool. In der Zwischenzeit organisiere ich mir mal ein bisschen Tierhäute. Ich habe nichts zu essen. Das kann ich ändern. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Bisschen Glätter drauf. Yummy, yummy, yummy. Ist das schön. Einfach mal wieder im Wald sitzen und ein bisschen grillen. Da sind welche. Ja, ich habe schon gesehen. Ich höre sie. Haut mal ab. Niemand mag euch. Oh. Oh. Noch einer ohne Fahrschein. Nein. Ah. Ah. Ich meine. Wenn sie schon mal, dann können wir auch. Was war das? Was war das? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte. Brennt das eigentlich? Was zur Hölle? Ach, der hat nur Rüstung an. Okay, ist klar. Was mich ja mal interessieren würde. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ob so ein Baumstamm auch brennt? Irgendwann müsste er ja brennen. Was machen wir jetzt mit den ganzen Knochen, Kevin? Das weiß ich auch nicht. Was ist das? Ach so, ja toll. Was ist mit ihm? Könntest du bitte brennen? Und in der Zwischenzeit kann ich was essen. Nice. Nein! Das wollte ich nicht. Und ich habe kein Wasser abgekocht. Na klar. So, dann kann ich mir hier noch eine Dose rein. Bin eh nur halb müde oder halb wach. Dose im Wald geschmissen. Klar, was sonst? Ja, warum nicht? Einfach mal ein Stuhl gestellt, äh, gebaut. Okay, alles klar. Also, bevor es hier noch ein bisschen wilder wird. Ich wollte eigentlich jagen. Ähm. Dafür brauche ich Tiere. Also, ich will nicht jagen, aber ich hätte doch ganz gerne Fell. Und da das eine nicht oder das andere geht, mein Hüffchen nichts, ne? Deswegen muss ich jagen. Ich bin jetzt nicht jagen. jetzt sind sie nicht mehr auf dem haufen es lohnt sich nicht mehr lohnt sich nicht mehr lohnt sich einfach nicht mehr sucht ich doch mal toll warum rennt ihr denn alle von mir weg ich möchte euch liebhaben wolltest du mir nicht feile bringen feile mir geben danke du hast eine aufgabe gehabt kevin du hast sie irgendwo im wald geschmissen gibt es doch zu gibt ich hänge ich hänge ich hänge ich hänge oh gott meine frise ich habe das gefühl dass er noch nicht tot ist jetzt ist er tot war ja wirklich doch nicht ne boah hab ich mich erschrocken alter schmiede kevin pfeile was soll ich dazu sagen ich hab's nicht mitbekommen mach ich doch nicht im wald stell dich vor mir gibt sie mir typ 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 die munition habe ich denn noch 11 ist nicht viel wenn die jagen klappt so suboptimal gerade ne weil immer wieder irgendwas dazwischen kommt entweder die mutanten die ureinwohner oder ich selber ich höre einen ich höre einen ich hörte einen roten hört ein hu da ist er doch geht er hin ins wasser der wald ist viel zu 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 dicht zum jagen ich sehe nicht mal einen elch das geht so nicht so lass mal hier wieder hin oh oh ich hab mich verlaufen oh oh ich hab mich verlaufen toll so ich höre sehr viel ich höre viel zeug hier ist eine höhle naja gut die ist auch markiert cool kurz mal reingehen wegen seile weißt du seile bisschen futter und so ach so wir brauchen licht wäre ganz cool genau so mal wieder ein bisschen abwechslung hier kopf juckt die ist nach oben oder nach unten hier lang hi ach ja okay alles klar ja so batterien haben wir auch sehr schön ja das nehme ich gerne da ist nichts weiter morgen lass mich mal durch hier dass wir den akkubohrer nicht mitnehmen können ist mir immer noch ein rätsel ne wäre so wichtig einfach mal bauen auch mit dem akkubohrer so erweitertes bauen wenn man den akkubohrer hat ja moin so elektroparts bisschen was zu trinken krieg ich hier noch mehr elektroparts ah nein glüobst ja toll hab ich alles schon brauche ich alles nicht warte mal ich kann mir Pfeile machen ne mach mal Pfeile gehst du noch irgendwas anderes ja mach Pfeile Tuch Tuch was denn geht okay cool toll Wunschi Wunschis oh nein das war ja sinnvoll ich hab noch gedruckte Pfeile ohne Ende cool stimmt ich schieß ja auch mit den Sportpfeilen und nicht mit den gedruckten Pfeilen ja ich bin sehr schlau mein Name ist Devor ich mach Gaming seit 20 Jahren und ähm ich bin der schlaueste Mensch der Welt das sind meine Specs das ist morgen Tja hat er ne Seile für mich das nehm ich natürlich auch kann man wieder wild rum ballern geil Topf ich hab grad den Topf aufgenommen obwohl ich einen Topf habe kann ich jetzt mehrere Töpfe tragen und ich hab's nicht mitbekommen weil ich sehr schlau bin vielleicht vielleicht ist das so vielleicht ist es das Geheimnis morgen Elektropath nehme ich natürlich gerne mit so nehme ich auch mit mhm Tschüss Stuhl was haben wir hier noch ein Lederanzug nun ist bestimmt ein roter Lederanzug ich bin mir fast sicher war hier nicht mal ne Waffe die ist hier gar nicht mehr oder kommt die erst noch hm also ich kann diese Person nicht mitnehmen weil ich einen hab aber mir war so ach ne das war der Raum vom Katana das war der Raum vom Katana da gab's das mal als ich's noch nicht hatte aber das mit den Seilen ist hier Raumanzug toll hab ich schon ja hab ich auch schon Glühbirnen nehme ich mit zwei Armbanduhren Geld kann man immer gebrauchen Giraffe würde ich auch ganz gerne mitnehmen aber naja gut man kann halt nicht alles haben im Leben ne so war hier noch irgendwas Spannendes ne ne nö ging's hier noch irgendwo weiter oder ging's hier gleich direkt in die Höhle rein ich bin mir unsicher Steine hier geht's gar nicht irgendwo rein Okay war hier nicht noch was? Ahja da geht's nicht rein war hier nicht die Radio Ich höre doch eins. Jawollo! Wir haben wieder ein Radio. Ich brauche doch keine Medizin. Ich brauche sie trotzdem, denn ich mag Pillen. Cool. Also, dann haben wir jetzt wieder ein Radio. Das ist total toll. Das werde ich mir dann gleich mal safen. Ich gehe hier nicht lang. Gut, dann hat sich das schon mal gelohnt. Ich habe wirklich Hunger jetzt gerade. Das ist aber nicht so gut. Spielt haben wir es um zwei. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen aufnehmen. Vielleicht esse ich erst was und nehme dann weiter auf. Was halten wir denn davon? Ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit. Das ist total toll. Geht es nach oben oder nach unten? Ja, beruhig dich. Sicherlich mal aufgeklärt, was das hier für ein Glibber überall ist. Weiß das jemand? Keine schönen Geräusche. Wie sind diese Mülltonnen hierher gekommen? Und wer bringt die da runter oder da hoch? Fragen, die ich mir stelle. Hat sich mal jemand Gedanken darüber gemacht? Wahrscheinlich nicht. Hallo, Fledermaus. Okay. Das heißt, warum ich keine Shortcuts benutze. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte jagen. Das mit dem Jagen hat nicht so gut geklappt. Aber jetzt. Ich bin ganz sicher. Es wird funktionieren. Ein Eichhörnchen jagen brauche ich jetzt nicht. Ich gehe mal langsam. Nicht, dass ich dann so laut bin. Ich bin ja im Jagdmodus. Ich höre etwas. Da ist. Ich höre etwas. Mein Stuhl steht noch da. Und ab ins Dickicht. Hier sehe ich nicht. Hier treffe ich nicht. Es schreckt mich nicht so. Ähm. Ja nun. Das war nicht so erfolgreich. Zwei Schuss verbraten. Toll. Wo bist du hin? Warum kann ich so schlecht jagen? Warum treffe ich nicht? Da. Da irgendwo hier. Da auch. Da hinten. Kevin ruht sich aus. Ja ja. Ruht ich mal aus. Dafür habe ich den Stuhl ja auch gebaut. Ich wollte nur das Fell. mehr möchte ich nicht. Mehr möchte ich nicht. Und den Rest nehme ich auch mit. Die Größeren bringen natürlich mehr. Ich schreckt mich. Das Aquí ist das. Joach. How up So, so, so Ich hätte gerne mehr Tier, aber wenn die früchst hier rumlaufen, dann gibt es ja auch kein Tier. Ihr geht mir auf den Sarg. Ey, der hat mit Stein geschmissen, ich mag das nicht, ich möchte nicht, dass du mit, Vorsicht, 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 Vorsicht. Kevin, pass auf. Krieg dich, ich kriege dich. Ich bin noch nicht so schnell heute. Oh, ein Hase, ein Hase. Hier geht mir alle auf den Sarg. Auf den Stein zu schmeißen, mach ich doch auch nicht. Komm her. Kironimo! Er hat den Hasen vertrieben. Schweinerei. Doch, nicht mit mehr, du. Fresst ihr euch gegenseitig. Aus dir mach ich nen Schnitzel. Ja, aus dir mach ich auch nen Schnitzel. Hallo, Schnitzel! Und der hat mir ganz schön Damage gemacht, ne? Scheiß Natur! Wo versteckt er sich? Ich finde dich! Ich finde dich! Oder auch nicht. Hm. Na ja nun. Ich hab keinen Platz mehr für Stöcker, das ist ja schade. Na? Da? Kommst du her hier? Kommst du zu mir? Ja, genau. Tag! Du brauchst gar nicht rumholen, du bist selber schuld. Gib mir dein Portemonnaie, ich möchte auch deins haben. Ein Portemonnaie, ein kleines Portemonnaie. Ein Portemonnaie, das möchte ich haben. viel mehr will ich gar nicht hab' außer... Hab keine Rüstung mehr, keine Rüstung mehr! Ich hab keine Rüstung mehr. Und hier kommt n Fried an. Ähm, alles klar, tschau. Schön, meine ganze Rüstung ist weg. Das ist doch nicht so gut, ne? Eine. Das ist nicht viel. Da habe ich mir doch schon mehr erhofft. Hallo Mutant. Ich habe besiegt. Hört der gar nicht auf mit denen hier. Mal. Los jetzt. Oh Mann. Trägt es mir aber. Cool. Ja nun. Es war nicht besonders erfolgreich würde ich sagen. Die Schnauze voll vom Jagen. Es hat sich nicht bewährt. Man könnte auch sagen es wird nicht zu meinem neuen Hobby. Spaß hat es mir jetzt auch nicht gemacht. Und die Mutanten Nerven beim Jagen. Sag ich wie es ist. Tag. Ich glaube die Folge wird ein bisschen länger. Ist mir jetzt aber gerade egal. Ich brauche Fell. So. Dann nehme ich immer mal noch ein bisschen. Oh nein. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Und Fleisch auch nicht. Und ist nicht gut. Dann snack ich mal was. 7 gekochtes Fleisch. Okay krass. Ja. Kann ich noch eins mitnehmen. Naja gut. Das ist sehr ärgerlich. Kann ich das in die Hand nehmen? Das kann ich in die Hand nehmen. Okay. Ähm. Ich würde sagen. Wenn es euch gefallen hat. Lass gerne mal ein Like da. Und ähm. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ist es die letzte? Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Bis gleich. Ciao. Ciao.